Wir machen die First-Try-Challenge jetzt. Ab jetzt darf man nicht mehr verkacken. Jetzt sind die Tries. Und wenn ich noch verkacke? Ja, dann musst du Alter 4 machen. Wollen wir wirklich machen? Weil die Map ist ja wirklich sehr einfach. Alter 4, ne? Alter 4-Challenge, ja. Das Ding ist, was hier nachkommt. Außer man muss respawnen, wie eben gerade. Ich weiß nicht, ob wir die Map enden können. Wieso? Was kommt da? Ja, siehst du ja. Was hier nach den Pfeilen kommt. Achso. Okay. Oder haben wir drei Leben? Aufsache, drei Meter davor rufst du für die First-Try-Challenge aus. Wer es nicht schafft, muss alle vieren. Wollen wir sagen, drei Leben? Komm, drei Leben ab, Mann. Sonst ist es zu krass. Abfangen, abfangen. Okay, ich komme genau frontal auf die Öffnung zu. Okay. Ich muss jetzt die Höhe hinbekommen. Auch eine krasse Drehung gemacht. Digga, wo bist du denn? Ich habe ihn! Und du wollen wir mal weiter mit Schatzschuss! Digga, der dritte Anflug war es. Und jetzt noch auf die Landebahn. Das Ding ist, wenn ich da jetzt reintreffe, dann geschafft es wagen, glaube ich. Ich habe es auch! Okay, dann schaut das vielleicht doch noch. Aber die Ziellandebahn ist... Nein! 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 Dein Ernst! Dein Ernst! Digga, ich bin drinnen gelandet. Aber durch geflogen, hinten war es nicht zu. Wie geil! Ja, so ein Ende hat jetzt, glaube ich, keiner mehr erwartet. Digga, dass ich es immer noch in den Tube reingeschafft habe, das war schon skillig, Alter, und dann schaffe ich es nicht mehr ins Ziel.